Ich hab die Gesten, ich hab die Gesten, Alter. Ja, damit willkommen zurück zu Sword Art Online, meine Freunde. Ich bin mega happy, dass ich noch weiß, wie die Gesten funktionieren. Ich hab das Spiel schon jetzt über einen Monat nicht gespielt. Echt eine furchtbar, furchtbar lange Zeit. Aber jetzt hab ich endlich wieder genug Speicher frei. Leute, da hab ich so lange drauf gewartet. Aber bevor wir jetzt rausgehen, müssen wir hier ein paar Dinge erledigen. Mit Sinan hatte ich noch nicht gesprochen das letzte Mal. Und das weiß ich genau. Und hier wollte ich nicht reingehen. Aus Angst, ich könnte was auslösen. Wer braucht mich denn da? Asna. Oh Leute, ich hoffe inständig, dass ich diese Quests nicht schon gemacht habe. Und dass ich da jetzt bloß... Ah, okay. Schlimmstenfalls mache ich hier ein paar Dinge doppelt. Geht da bei Liz irgendwas ab? Wenn ja, dann müssen wir unbedingt rein. Kann ich nicht rennen oder so? Ah, alles klar. Ich hab die Taste gefunden, wie man rennen kann. Liz. Sie hat keine Mission. Ich hab aber tatsächlich einen Speicherstand, wo ich eine Mission mit ihr gemacht habe. Hab ich dazwischen etwa gespeichert? Hab ich das bloß vergessen anzunehmen? Und hochzuladen, tatsächlich? Ich glaube, ich muss mir die Aufnahme tatsächlich nochmal anschauen, damit ich weiß, welche Folgenummer das hier ist. Aber auf jeden Fall, die Mission hab ich da auch gemacht und musste sie leider zwischendurch abbrechen, weil ich dann raus musste zur Arbeit. Und darum würde ich jetzt einfach mal sagen... Ach ja, Silica ist total süß. Aber Astana ist die feste Freunde. Ich stehe direkt hier vor. Ja, ich stehe sowieso auch keinem da vor. Ja, ich stehe. Ich stehe. Ich bin sehr glücklich. Ich bin sehr glücklich. Ich bin sehr glücklich, die Yui und Strea. Ich bin sehr glücklich. Und ich habe auch noch ein paar Sachen mit mir. Oh, ich bin so. Ich bin eigentlich die Kirito und die Kirito zu haben. Ich habe mir ein paar Fragen. Wie war das denn? Ah, also... Will ich jetzt mit mir und ich... ...k攻略? Was ist das? Ich habe gedacht, was ich? Natürlich. Ist das wirklich? Ich danke dir. Ich bin sehr froh, Kirito. Ich bin sehr froh, Kirito. Ich bin sehr froh, Kirito. Es ist gut, Kirito. Ich bin sehr froh, Kirito. Pina, ich bin sehr froh, Kirito. Wie geht es das? wond ist das an der Erie? Ich bin das an der Frosthild. So geht es. Ach, das ist ein Fiel. Wenn welchen sind? Ich bin schon stark! Sie bekommen ja genau die Dinge, wenn die Augen Harrisern was. Zum einen. Ich denke, es ist ein Spaß. Oh, das ist so? Das stimmt, was ich hier in der Tatierantschrift? Okay, so geht's, wir gehen jetzt. Ja. Ich bin dabei! 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 Ich bin noch nicht sicher! Es ist okay! Ich bin mit Kirito, aber ich möchte noch ein bisschen schlafen. Das stimmt. Es geht nicht so gut. Ja, danke für mich. Okay, dann gehen wir noch ein bisschen. Ich weiß nicht, was ich? Ich habe immer wieder geblieben. Ich möchte, Kirito, einen schönen Ort zeigen. Was hast du gesagt? Nein, ich habe nichts gesagt. Oh, Kirito! Ich habe einen Monster, da. Das ist ein Monster von中-Boss. Ich glaube, dass ich mich nicht so verletzen habe, dass ich mich nicht so verletzen habe. Ich weiß nicht, wie ich mich nicht so verletzen habe. Ich habe es geschafft. Ich bin der Fall. Ich weiß nicht, wie man angreift. Ist das nicht schön? Ich weiß nicht mal, wie man fliegt. Ah, ich weiß nicht, wie man... Au! Das war geil. Starker Angriff, schwacher Angriff. Alles klar. Äh, fliegen. Äh, Luft springt heiß? Ja. Äh, R2? R1? Ne. R1 ist Magie. Alles klar. Okay, äh... Ah, hier darf ich nicht weiterlaufen. Alles klar. Weg hier. Okay. Alles gut. Äh, okay. Ja, ich bin gleich da. Warte. Ah, ich glaube, ich habe es. Pfeiltaste nach links. Ja, fantastisch. Ja, so. Mal verziehen. Okay. Äh, anvisieren. Ha, ich kriege es wieder hin. Autsch. Oder auch nicht. Autsch. Oder auch nicht. Ja, also... Warte, das könnte ich nicht mehr. Das war's für mich. Was ist das? Was ist das? Was ist das? Pina... Ah, gut. Es gibt keine Schmerz. Ich glaube, es ist nicht so, was ich. Ah, ja, das war gut. Aber... Na, auf der Pina steht ein paar Zahlen. Huh? Ah, das ist wirklich! Ich weiß nicht, dass die Zahlen nur ein paar Mal sind. Oh, ich weiß nicht, dass ich einen Countdown habe. Ich weiß nicht, dass ich so gesehen habe. Das ist das erste Mal. Was ist das? Ich weiß nicht. Ich weiß nicht, dass ich noch ein paar Zeit habe. Aber ich denke, wir müssen uns in die Stadt zurückkehren. Ich glaube, du wirst etwas wissen. Ja. Was ist das? Was ist das? Ich glaube, dass es nicht so gut ist. Bezügend zu sagen, wenn ich meine Verrückung nicht so habe... Ich bin es am Ende. Ich möchte jetzt einen Einzelnenweis hinter sich... Ich will mir alles wissen, was ich weiß. Ich muss mich fragen, was es an der Zeit. Ja, das war es. Aber das ist... Das ist das... Was ist das? Ich bin so ein Schroeder, aber das ist ein Schroeder, was ich. Ich bin so ein Schroeder, was ich. Ich bin so ein Schroeder, was ich. Ich bin so ein Schroeder, aber... Das ist ein Schroeder, aber ich bin so ein Schroeder. Ich bin so ein Schroeder, wenn ich mich auf die Kopfballer bin, dann bin ich nicht zu werden. Ich meine, das ist nicht so leicht. Es geht mir zu sehen, wie ich es schuldig. Oh, so, so... Wenn ich mich nicht verletze, dann werde ich etwas überrascht. Ich kann es nicht sicher sein. Wie kann ich es dir überrascht? Ich kann es nicht sicher sein. Ich kann es natürlich einfach wegschrauben. Ich glaube, es ist eine große Herausforderung für die Geschäftsführung. Was ist das? Eigentlich ist es, dass die Mäste nicht nur die Spieler zu tun, sondern die Tame Monster zu tun. Insofern ist es, dass die Tame Monster nicht nur den Hauptmannschaften. Aber das Feather-Ridla ist, Ich habe das Gefühl, dass sie nicht in einem System unterstützt werden können. Entschuldigung. Es hat sich immer wieder aufgelenkt, und es hat sich in einem bestimmten Fall geholfen. Es ist ein wenigstens, aber... Das ist nicht so... Das ist nicht so... Das ist nicht so... Ich bin... Ich bin... Ich bin... Ich bin... Ich bin... Wir haben nur die Spieler, wenn es nur die D-Penalty ist, aber... ...Pina... Ich bin... Ich bin... Ich bin... Ich bin... Ich bin... Ich bin... Ich bin nicht sicher, aber ich habe es nicht zu sagen, dass ich meine Policien nicht so ausscheinend habe. Aber... Ist das... ... Aber ich habe auch nicht sicher, aber ich bin nicht sicher. Sag mal, bitte. Es ist gar nicht sicher. Das Problem ist, also. Ihr kennt euch das? Sie wissen, was Sie wissen? Ich habe es nicht gehört, was ich? Ich habe es nicht gehört, was ich? Eine Nasein-Zun-NPG-Generations-Rinfo ist ein Geist. Wenn ich mich über die Krankheit überrascht, und ich werde es bemerken, dass ich den Kueh-Honkirrausse bekomme, dass ich den Kueh-Honkirrausse habe. Wenn ich den Kueh-Honkirrausse habe, dann kann ich es nicht nur in dem Fall, dass ich es nicht so gut fühle, was ich. Ja, ich habe das Gefühl, dass ich es nicht so gut für einen Teim-Monster habe. Ja, aber ich habe das Gefühl, dass ich es nicht so gut für einen Teim-Monster hatte. Ich habe das Gefühl, dass ich das Feather-Ridla nicht so gut für einen Feather-Ridla habe. Ich habe das Gefühl, dass ich es nicht so gut für mich. Nein, aber ich kann es auch helfen. Ich weiß, was ich? Ja, wenn ich Fina helfen würde, dann werde ich was. Danke, Argo! Ich habe keine Ahnung, Argo. Ich habe keine Ahnung, was ich für das Ergebnis gekommen ist. Ich habe mich überlegt, was ich? Ah, ich weiß. Ich weiß nicht, was ich hier ist. Der Ort ist hier. Es gibt hier einen Quest-NPC-Quest, also kann man mit ihm sprechen. Okay, jetzt gehen wir hier an. Ja! Ich bin hier an. Ich bin hier an. Ich bin hier an. Oh! Nein, ich glaube, das ist ein Mann. Ich glaube, es ist ein Kind, aber... Ich glaube, das ist ein Kind. Ich glaube, es ist ein Kind. Oh, I-Zun, I-Zun. Ich komme sofort zurück. Ich glaube, es ist ein Kind. Ich bin ein Kind. Ich werde es sprechen. Ich bin ein Kind. Ich bin ein Kind. Ich bin ein Kind, Blagie. Blagie, was ich? Was ist das? Ich bin ein Kind. Ich bin ein Kind. Ich habe die Frau von Rathorien Gästchen gebeten, um die Häle Schiach. Ich bin ein Kind. Ich bin ein Kind. Ich bin ein Kind. Ein Kind? Ich habe sie in der Hand Nicolai eine Gästchen-Sethiye. Ich habe mich nicht so oft verletzt, aber ich bin mir sicher, dass ich mich nicht so fühle. Ich verstehe, dass ich mich nicht so fühle, dass ich mich nicht so fühle. Ich bin der Fall. Das ist das Problem. Ich denke, es ist ein kleines Kursch. Kirito, lass uns schnell an Izu-san zu helfen! Ah, ich habe keine Zeit für mich. Vuragi, wir werden uns zu helfen, Izu-san zu helfen! Oh, danke! Dankeschön! Dankeschön! Wo ist die Zun, die Zun in der Suryachie befindet? Das ist hier. Das ist die Zun. Das ist die Zun-Dungeon-Dungeon-Dungeon-Dungeon. Entschuldigung, gehen wir! Ich mache es nicht mit, dass ich mich nicht schimpe. Ich denke, dass ich mich nicht auf jeden Fall schimpe. Ich bin mir sicher, dass ich mich nicht verletzen. Silica, mir geht's den Quest. Ja, ich habe dich jetzt. Ja, ich habe mich gemerkt. Ich habe dich auf einen Spruch, in dem ich meine Art von Kirito. Es ist eine Art von Kirito. Was ist das? Ich bin nur ein Wunsch zu geben, damit ich mich sehr gut bin. Ich glaube, dass ich mich sehr gut bin. Ich habe mich in SAO gebeten, weil ich mich sehr gut bin. Ich werde mich jetzt auch nicht behalten, um den Pinner zu unterstützen. Ich bin auch der Schirka-Kunst. Ja, danke. Okay, dann gehen wir an den Schirka-Kunst. Ich bin der Schirka-Kunst. Das ist der Schirka-Kunst. Hier ist der Schirka-Kunst. Ich bin der Schirka-Kunst. Ja, aber ich bin der Schirka-Kunst. Ich bin der Schirka-Kunst. Ich bin der Schirka-Kunst. Ja. Was tut man, wenn er sie entführt hat? Richtig. Klatschen ihn einfach. Oh Leute, ich habe jetzt auch in die Fähigkeit gelevelt und noch ein bisschen trainiert. Ah, ich bin der Schirka-Kunst. Aber das konnte ich natürlich nicht. Ich bin der Schirka-Kunst. Ich bin der Schirka-Kunst. Warte mal, was sagt denn die Karte? Okay, da ist ein Schalter, den wir gedrückt haben. Ja, da war man hier auf jeden Fall schon mal. Hm? Ja, trotzdem noch mal alles erkunden. Wow, Silica, Mensch. Top. Genau daran habe ich gedacht. Tempo wäre doch jetzt echt top. So. Ah, richtig. warte mal. Ach, richtig? Es wird schon rot, wenn sie das nicht gibt. Aber es wird schon rot, wenn sie das nicht kommt. Ja, das ist absolute Verliebtheit. Hundertprozentig. Erst dachte ich, das ist nur absolute Bewunderung, aber das ist mehr. Okay... Eine kleine Tür. Okay, das geht ja. Wow, das ist ein Hammer. Hammer, hey! Ich schlage das, das hat mich nicht ausgemacht. Ich habe so schwer in den Himmel. Haha, okay, weiter geht's. End port, klar. Ja, völlig verpasst. Naja, das ist definitiv... Ey, ohne Scheiß, als ob er den Dungeon noch nie gesehen hat. Das ist, äh... Der Final Boss von der ersten Prise. Der Dungeon. Ah, ja. Oh, das ist ein Ding, das muss ich einfach nicht beherrschen. Wuuu... Wuuu... Ach, ja. Wisst ihr, wenn da so eine Gegnergruppe ist, kann ich einfach nicht widerstehen, als... ...muss ich einfach direkt, äh, drauf einschlagen und wieder schlitzen und so weiter. Oh, Eisensand? Ich hatte keinen Eisensand mehr. Ist ja ein Ding. Okay, hier kommt der Boss. Und... Ich muss das machen, was das jetzt da ist. Bis zum nächsten Mal. Töne... Tschüss... Ich gehe mit ihm... Untertitelung des ZDF, 2020